Nummer 58, Je suis Julie. Ein schwarzbraunes Stutfohlen, geboren am 8. Juni von Jameson RS2 Vivaldi Sandrohit. Aus der Zucht und im Besitz der Wilhelm Klausing GbR aus Diepholz. Großmutter Suljanka stellte den gekörten Premienhengst Le Vivaldi von Vivaldi Estressur erfolgreich mit Sabine Rüben vom Pferdner Hengstmarkt 2014. Aus dem Mutterstamm unter anderem Fetz Domino von Fiedertanz, International Grand Prix erfolgreich mit Fabienne Müller-Lütkemeier. Der gekörte Hengst Barclay von Bellissimo M, International Grand Prix erfolgreich mit Petra Middelberg. Der gekörte Hengst Balance of Power ebenfalls von Bellissimo M, Grand Prix erfolgreich mit Marie-Christine Peil. Sowie der gekörte Hengst Dramatic von Don Frederico, der Weltmeister der 6-jährigen Drüsselpferde von 2004 mit Jana Freund. Gernsteiger Giant Gernsteiger Gernsteiger Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020